Hören ein und du wirst es nie wieder los Was zur Hölle Okay man Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together mit dem MC Tom In Fit The Beast Hallo Hallo Ja Genau Diesmal gehen wir wirklich in die Spalte rein Wenn er endlich mal fertig ist Nachdem ist es ja Ja komm ich bin gleich oben Das ist gut Und Kann man was ausprobieren hier und zwar Es regelt immer noch Ja ist egal Keine mit Leben Kommt hoch und hört den Regen So wir sollten mal eine Küche für Erze machen Ich höre keinen Sound Oh Lass uns erstmal so Kann man mal rausgucken denken Holy fuck is this a geiles heat ey Ja dann gehe ich schon mal los Ja Wir können erstmal entweder Ich kümmere mich mal darum das ganze Zeug jetzt in die Erdetruhe zu packen So toll ich bin Ja Wir haben uns gerade überlegen Wir machen mal ein paar Leitern wenn wir da runterrollen demnächst Dann können wir da so einen kleinen Zwischenherbquartier Dinge machen oder so Ich kann mal direkt die Funktion benutzen Gut Ich brauche neue Spitzhacken So dann haben wir neun Stück das müsste erstmal so reichen Wie packen das Glas hier mal sowas ran Rein Nicht ran Spitzhacken 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 Ich brauche neue Spitzhacken Herzlichen Glückwunsch Mach ich gleich Ich war gleich drei Stück Sollte reichen Sollte reichen Soll ich die schon mal vor glaube ich So ein bisschen Ich warte auf die Ja Oh das ist aber nicht von dir so auf mich wartest Eins Zwei Drei Gut Und schon stürme ich los Dann zeig mal wo hast du die Spalte gefunden Körper So einmal hier rüber Ich glaube wir über landen Du gehst aber weiter Wir können am Ende wenn wir zurückgehen einfach ein paar Pilze mitnehmen Hier ist vielleicht irgendwas drin Nein Pilze Verarbeiten Das hat aufgehört zurück in den Boots Hast du die ähm Pumpe mit? Das Tree Trap Notch ist mit uns Ja hab ich Kannst du den Block ein bisschen runter machen Ich geh Huchala Das ist so eine kleine Das kann ich damit Okay ich wollte eigentlich normalerweise Leiter benutzen Das war aber nicht Oh bei mir hast du irgendwie ein bisschen dich verbuggt Lebt man da unten noch? Ja Hier ist sogar ein bisschen Kalkstein Kannst du gleich mitnehmen Genau wirft die einfach runter Wir haben inzwischen genug Kalkstein Oh gut Oh gut Oh gut So Hier haben wir ein bisschen ne Koppel Oh hier ist Eisen Kohle Kohle braucht man dringend Und vor allem bin ich froh dass die Grenzen scheiß Pegies und sowas noch immer fallen Jaa Vor allem hab ich nicht weiter aufgehört Jaa Jetzt hätte ich mich ja schon fast erschossen Mann 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 ey Das hast du dich gern gesehen Jaa Ich mach aber keine Facecam Tut mir leid Mal gucken Meinen schönen Kalkstein Von dem ich eh genug habe Jaa Dam Da da Dam Da 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 Die Shards brauchen wir Oh da sind irgendwelche Shards anscheinend Oder so Hey du Wickfer Na wo haben wir denn die Leitern gemacht Kleiner Ne ich bin nicht rei Okay es ist jetzt du wiss Shards Wiss ist glaube ich Genau wo hast du Leitern gemacht Oh 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 sorry Ich will eigentlich auf die Kohle erzielen Bist du mir in den Weg gehüpft Nein Oh Mist Fuck jetzt hab ich deine Experience eingesammelt Tut mir leid War ja auch bloß 20 Level Okay Bei Tod Da verlierst du eh die ganze Über die Hälfte sogar Ich weiß Aber naja ist dir eigentlich egal Diese Folge wird heißen Toms erster Tod Merken Toms erstes Mal Jaa Tom hatte sein erstes Mal Oh mein Gott Ja weiteres wollen wir dazu jetzt nicht sagen Wir wollen hier keine ähm Intimeren Sachen aufziehen Och komm läd meine Kondome wieder zurück Ja das tut mir leid Vor allem der Streetab Brauche ich noch um das den perversen Schwein hier in den Arsch zu schieben Kannst du denen irgendwas absaugen oder sowas Kannst du denen die Die Klöten absaugen oder sowas Keine Ahnung Da fuck Und meine letzten Runde Mein Gläufer von Drenum Games Hab ich gemerkt Dass man was cooles machen kann Warte Wie geht das denn mal Ich hab grad einen extrem schlechten Ping Äh ja 600 Aber gut Was ist denn mit meinem Internet los man Das ist brillant Also nicht über 100 gerade So Ich bin wieder unter den Lebenden Hallo Torben Nein wie ist es geht nun weiter Ja hallo Der hat mal eben einen kurzen Cat gemacht Und dort sind die perverse Schweine Und dort oben sind die perverse Schweine Ich muss da hoch Ich muss sie töten Töten ich muss tun Ja genau Die perversen Schweine töten Ich hasse das Nicht am Leben bleiben So wir nehmen mich dann auch 5 Minuten auf Oder 4 Weiß ich noch nicht Wie lange es noch gehen wird Bis ich Bei diesem Jungen Durchdrehe Oh Oh Ich merke gerade schlecht Die Verbindung und so Ne bei dir geht eigentlich gerade noch 200 Gut See ya Können wir nochmal Lillipads mitnehmen Und so einen kleinen Weg auf dem Wasser machen Zu unserer Hütte Stirb Oh das Fleisch ist runtergefallen Aber egal Na wir können nochmal so ein bisschen mitnehmen An Clay Lehm Ja keine Ahnung ich bin irgendwie noch Wenn man in der Alpha gezockt hat dann ist das Problem dass man diese ganzen englischen Begriffe verdient Weil diese Wenn man sich selbst denken und nur englisch machen Ne Es brennt sich da gehören ein und du wirst es nie wieder los Was zur Hölle Was zur Hölle Okay man Was 500er Pingen 600er Pingen und du haust es auf den Block der ein Ja 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 Da stand das Schwein nach oben Komm wir gehen nochmal bis in den Wald Bis es so weit ist Bis es so weit ist Wir gehen noch ein bisschen durch den Wald Bis es so weit ist Wir müssen uns hier ein bisschen Schwein töten Ja du kannst deine Schweine töten Deine hässigen Schweine da Ja ich töte gerne Schweine Diese behaarten Schweine Ich will auch eins töten Nein Meins Wir müssen das das ähm die ganzen unnützigen Tools mal weg bringen und kaputt machen Äh ja Aber es wird schwieriger Ja Oh das sind jetzt schon mal Kühe Das ist mal ein guter Anfang Der Fick ne Oh ein Skelett Und ich sehe es fast gar nicht Liebes Skelett Bitte stirb Ähm nochmal kurz zu den Klang Und Ach Danke wieder mal Nach jahrelangen Forschen Unserer Biotechnik Nein ähm Oh wie meine Ich hab wieder so ein schönes Teil hier gefunden Weil ich könnte Oh hab Angst ist jetzt irgendwie ankommen oder sowas Tom du kannst gleich mal herkommen Ich hab was richtig geiles gefunden Und so einen richtig guten Höhenangang und sowas Ein bisschen Kalk für dich Hehehe Ich hab schon genug Kalk Dann muss ich mal gucken Wo bist du denn Ich kann dich nicht riechen Doch ich mich mich riecht mal 100 Kilometer 14 Kilometer vorher schon Wie gesagt mir die Richtung Oder so in die du gegangen bist Ich bin jetzt Richtung Äh Oh seh ich Ja Ist ja ziemlich weit von mir entfernt Das geht eigentlich Nur ein bisschen Richtung Süden gerannt Und dann Ne das ist Ach hier Uh uh Westen meine ich natürlich Wenn mich im Monat zieht Was niemand braucht Ja so unnützt ist doch niemand Ich brauch Ich war die gerade Ich bin wieder soweit Die Aufnahme ist vorbei Mann 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 Was ist gut gut Schöner Höhleneingang und so Hier sind richtig viele Höhlen eingehende Ja ich würd auch sagen Dass ich jetzt die Aufnahme beende Da Tom mal wieder seinen Ping Bisschen regeln muss Und sowas Ich brauch noch dieses schöne Eisen hier ab Ich mach noch kurz einen Marker Dass es hier eine Höhle gibt New Waypoint Höhle Höhle Nummer 2 Das ist ja auch nicht die erste Aber gut Ist ein bisschen pinkreich Ja Ein bisschen pink ist immer gut So Ja gut Jetzt würd ich sagen Da vorne ist Experience Das brauch ich ganz dringend Ah jetzt lass ich jetzt mal lieber Okay 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 Sehen wir uns in der nächsten Folge Feed the Beast Vielen Dank fürs Zuschauen und Wo ist dein Kopf? Da ist dein Kopf Ja Dann sag ich Vielen Dank fürs Zuschauen Und raus da rein Lasst ein Abo da oder sowas Wenn ihr es noch nicht getan habt Und tschüss